Ich gehöre zu den Personen, die damals, meine Eltern sind die erste Generation, die nach Deutschland gekommen sind. Ich war sozusagen einer von den Kofferkindern, die man in der Türkei, wo die Eltern hier gearbeitet haben, bei großen Eltern geparkt hat. Genau, über dieses Lied, über diese Verhältnisse geht es von diesem Lied, ein Gedicht von Harry Böseke, Martin Burkhardt und Cem Kalajan. Das ist die Übersetzung gewesen. Es kamen Menschen, heißt das Lied. Das ist die Übersetzung gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik